Schwarzer Tee wird in unterschiedlichen Größenordnungen erzeugt. Sie sagen allerdings nichts über die Qualität aus. Diese hängt nur von den Klimabedingungen, der Lage des Teegartens und von der Sorgfalt des Anbaus, der Pflückung und der Produktion ab. Die englischen Bezeichnungen haben sich weltweit durchgesetzt. Leaf Tea, grobblättriger Tee, Broken Tea, gebrochener Tee, Fannings, großkörnige Siebgröße, die vor allem im Teebeutel verwendet wird, ebenso wie Dust, kleinkörnige Siebgröße. Fannings und Dust sind außerordentlich ergiebig. Die unzähligen Qualitätsbezeichnungen wie Flowery, Tippy, Golden und so weiter zusammen mit der Größenordnung, zum Beispiel FBOP für Flowery Broken Orange Pico, haben nur in Verbindung mit dem Herstellerland und dem subjektiven Geschmack des Einzelnen wirkliche Aussagekraft. Untertitelung des ZDF, 2020 ž